Ich habe die falschen Korten mitgebracht. So, jetzt bin ich auch wieder bereit. Letztes Jahr konnten wir uns schon von Ihrem Talent überzeugen. Sie waren hier bei uns auf der Bühne als die drei Tenöre. Anscheinend haben Sie Blut geleckt und können nicht mehr von der Bühne lassen. Als die drei Tenöre konnten wir Sie nicht mehr auftreten lassen. Ich habe immer gesagt, ihr müsst euch aus der Nähe sein. Begrüßen Sie mit mir gemeinsam die Steindorfer Synchronschwimmgruppe. Direkt vom Trainingslager aus dem kalten, zugefrorenen Moskau. Viel Spaß, gute Unterhaltung.